Was soll es du tun, wenn die Ablösung zum Schichtwechsel nicht kommt? Das erfährst du in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit und im YouTube-Kanal der Akademie für Sicherheit. Wir haben wieder mal eine Zuschauerfrage bekommen und zwar Fallbeispiel, die Schicht dauert von 6 bis 18 Uhr, die Ablösung erscheint nicht. Muss man trotzdem nach 18 Uhr bleiben, bis die Ablösung kommt. So, klassisches Beispiel, das passiert immer wieder, man hat also Dienst, Objektschutz zum Beispiel, 18 Uhr und die Ablösung ist nicht da. Wie geht mir jetzt vor, was sollte man tun? Also, erstmal ganz wichtig, auf keinen Fall einfach gehen, ohne irgendjemandem was zu sagen. Das wäre absolutes No-Go, das ist also auf alle Fälle nicht die richtige Lösung. Das heißt, grundsätzlich darf das Objekt ja nicht unbewacht sein. Das heißt, man muss erstmal da bleiben. Jetzt ist es in den meisten Fällen ja so, dass beim Schichtwechsel, der, der kommt, schon ein bisschen früher kommt, 10 Minuten, Viertelstunde, je nachdem, wie es in einem Objekt vereinbart ist. Und deswegen würde es ja schon ein paar Minuten vor dem eigentlichen Schichtwechsel auffallen, wenn derjenige nicht da ist. So, was mache ich jetzt als Sicherheitsmitarbeiter, wenn ich merke, meine Ablösung kommt nicht? Ganz einfach, ich wende mich an die Zentrale bzw. den Vorgesetzten und teile demjenigen mit, dass eben die Ablösung nicht kommen ist und er sich bitte darum kümmern soll, dass ich hier einen Ersatz bekomme, weil ich ja irgendwann gerne mal nach Hause möchte. Jetzt habe ich schon ab und zu mal dann von Personen die Info bekommen, ja, wir haben keine Zentrale und der Chef hat gesagt, nachts darf man ihn nicht anrufen. Was soll ich denn dann tun? Ja, wenn ich in so einem Unternehmen arbeite, wo ich mich an niemanden wenden kann, wenn ich ein Problem habe, sollte ich mir überlegen, ob das wirklich eine gute Idee ist, für dieses Unternehmen weiterzuarbeiten. Also es muss immer einen Ansprechpartner geben, an den ich mich wenden kann, wenn ich als Sicherheitsmitarbeiter ein Problem habe. Das ist im größeren Unternehmen immer die Zentrale, eine Notrufzentrale, die je nach Größe auch 24 Stunden besetzt ist. Aber auch wenn das nicht der Fall ist, muss es immer die Möglichkeit geben, sich an jemanden zu wenden, der im Fall der Fälle dann eben hier weiß, was zu tun ist und dann die entsprechenden Schritte einleitet. So, aber nichtsdestotrotz, die Ausgangsfrage war, was kann ich jetzt tun? Wenn jetzt derjenige sagt, okay, die nächste Stunde schaffe ich es nicht, jemanden herzukriegen, dann muss ich diese Stunde länger dableiben. Mir ist es mal passiert in meiner aktiven Zeit, dass die Ablösung nicht gekommen ist und es gab auch niemanden, der dann die Schicht übernehmen konnte. So, also habe ich nach der 12-Stunden-Schicht, die ich gemacht hatte, dann noch einmal 12 Stunden hintendran gehängt. Ja, und auch dann hatten wir mal nicht gleich jemanden, also habe ich dann insgesamt, das war mein Rekord, während meiner Arbeitszeit 25 Stunden am Stück Dienst gehabt. Klar, Verstoß ging ins Arbeitszeitgesetz, aber hier haben wir ja einen Notfall und dass ich natürlich nicht mehr besonders fit war zum Schluss, ist auch völlig klar, aber bevor das Objekt dann eben nicht hier besetzt war, war das eben die einzige Notlösung. Ja, und es kam danach auch nie wieder vor. Danach haben wir das Ganze anders organisiert, dass eben hier immer dann jemand zur Verfügung stand, der im Fall der Fälle eingreifen konnte. So, also kurzes Fazit. Wenn die Ablösung nicht kommt, nicht gehen, das Objekt muss besetzt bleiben und einen Vorgesetzten oder die Zentrale informieren, dass die jetzt Ersatz besorgt und so lange da bleiben, bis der Ersatz kommt. Auf keinen Fall hier einfach unbefugt gehen oder wie gesagt niemandem Bescheid sagen, einfach gehen, ohne Bescheid zu sagen, das wäre definitiv nicht der richtige Weg. Ja, hast du auch Fragen zu deinem Dienst, dann schick uns die Fragen gerne rein. Dann machen wir auch gerne mal ein Video dazu. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du das bitte gerne liken und wenn du in Zukunft auch solche Videos zukünftig sehen möchtest, dann gerne den Kanal abonnieren. Dann hast du regelmäßig Info, wenn wir neue Videos haben. Ansonsten alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.